Herzlich Willkommen bei Hour of Power. Heute mit unserem besonderen Gast Anne Yell. Sie hat den Angriff eines Berglöwen überlebt und ihr Glaube wurde stärker denn je. Der Pianist Antonio Canotta wird bei uns sein, ebenso wie Nita Whittaker. Und Sie hören eine ermutigende Predigt von Bobby Schuller mit dem Titel Die leichte Last von Jesus Christus. Erleben Sie Hour of Power, die beste Stunde im Fernsehen. Die leichte Last von Jesus Christus. Amen, Amen, Amen.